Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Siegel, bekannt als Seehunde, sind Säugetiere der Robbenfamilie, die durch ihr variables Fell gekennzeichnet sind. Sie sind eine der am besten erforschten Arten dieser Familie. Typischerweise ist ihr Fell gelblich-grau mit grauen oder braunen Flecken über den ganzen Körper verteilt. Seehunde besitzen keine äußeren Ohrmuscheln, haben aber einen ausgezeichneten Gehörsinn, während ihr Geruchssinn eher schwach ist. Diese Tiere sind vor allem für ihre Neugier und Fluchtverhalten bekannt, bewegen sich jedoch im Wasser sehr geschickt. Die Körpergröße der Seehunde variiert geschlechtsspezifisch. Männchen erreichen eine Länge von bis zu 200 cm und ein Gewicht von etwa 150 kg, während Weibchen etwas kleiner sind mit einer Länge von 150 bis 160 cm und einem Gewicht von 105 kg. Die Lebenserwartung dieser Tiere liegt bei ungefähr 25 Jahren. Das Fell der Seehunde ist meist gelblich-grau mit charakteristischen grauen oder braunen Flecken. Seehunde ernähren sich hauptsächlich von Fischen, gelegentlich auch von Mollusken, wobei sie eine Vorliebe für Heringe und Dorschfische zeigen. Ihre Rolle in der Nahrungskette ist sowohl als Prädator als auch als Beute definiert. Während sie aktiv Jagd auf verschiedene Meeresbewohner machen, stehen sie selbst auch auf dem Speiseplan größerer Raubtiere wie Orcas und bestimmte Haifischarten. Seehunde sind in den kalten und gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks und des Nordpazifiks verbreitet, von Japan über Nordamerika bis hin zu Portugal und New York. Besonders zahlreich finden sie sich im westlichen Teil der Ostsee, wo sie sogar an der polnischen Küste, beispielsweise auf der Insel Wolin, gesichtet werden können. Diese Art bevorzugt Küstenregionen und meidet das offene Meer. Seehunde sind kustennahe Bewohner, die sich gerne auf sandigen oder steinigen Stränden sonnen und in Gruppen von bis zu mehreren Dutzend Individuen zusammenkommen. Sie sind keine Langstreckenwanderer, sondern halten sich in der Regel nicht weiter als 15 Kilometer von der Küste entfernt im Meer auf und können in Flussmündungen bis zu 20 bis 30 Kilometer landeinwärts schwimmen. Die Dutzend Individuen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020